So, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Gold- und Silbertalk soll es sich mal wieder so ein bisschen um Inflation drehen und inwiefern das jetzt in Zukunft Einfluss haben könnte auf die Preise von verschiedenen Dingen. Wo ich nämlich erst mal wieder darauf angesprochen, weil jetzt natürlich auch wieder die neuen Inflationszahlen vor ein paar Tagen rausgekommen sind, für zum Beispiel, also prinzipiell für die meisten Länder, aber eben auch für die Vereinigten Staaten, was ja für uns hier das Relevanteste eigentlich ist, jetzt mal abgesehen von Deutschland generell. Und da sieht es ja relativ hoch aus aktuell immer noch, ist immer noch am Steigen. Hier bei uns geht es so irgendwie, so um die 2,5 Prozent liegen wir jetzt hier, die da drüben eben bei 5,5, so um den Dreh, ja, nicht hundertprozentig genau. Aber wir wollen mal darüber sprechen, ja, inwiefern sich das noch weiterentwickeln könnte und wie es bei uns jetzt auch aussieht, wieso es jetzt bei uns nicht so gestiegen ist und so weiter und so fort. Oh, ich denke dir mal, das wird auch wie immer eine ganz interessante Geschichte. Natürlich schauen wir uns auch wie immer die Gold- und Silberpreise an und sehen uns natürlich auch an, was so an neuen Münzen rausgekommen ist. Aber bevor wir das alles machen, würde ich sagen, wir werfen mal einen Blick auf das, was ich heute hier mitgebracht habe. Ja, da habe ich erst mal 10 Einunzen Australian Wedgetailed Eagle Münzen aus dem Jahre 2021. Habe ich auch schon öfters mitgehabt. Ist wirklich auch immer noch meine absolute Lieblingsmünze. Nicht unbedingt die spezielle Einunzen-Variante, aber eben generell der Wedgetailed Eagle 2021. Ist wirklich einfach meiner Ansicht nach eine superschöne Münze und da bin ich auch sehr froh, dass ich davon einige habe. Ja, weiter geht es mit einer vollen Tube Silbereiche Noas aus dem Jahr 2019. Auch eine schöne Münze, finde ich. Könnte ja hier unten wahrscheinlich, wenn das mal fokussieren würde, was es gerade nicht tut, so auch sehen. Mit der Taube, mit dem Ölzweig und so weiter und so fort. Und war früher eine sehr, sehr gute Anlagemünze. Ist heute eigentlich immer noch relativ günstig im Vergleich mit anderen. Aber wie gesagt, man hat eben den Aufschlag da drauf. Da kann man nicht wirklich viel dran machen. 20 Stück sind hier in dieser Tube jeweils drin und die stehen auch unter Argon, was sie nicht anlaufen lässt. Was auch eine ziemlich coole Geschichte ist. Aber ja, gut. Des Weiteren habe ich noch mitgebracht eine Unze Australian Kangaroo aus dem Jahre 2019 ebenfalls. Schöne Münze habe ich auch schon mehrfach mitgehabt. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon alle. Aber gefallen mir wirklich sehr gut. Und beim Kangaroo ist es halt gut, dass die jedes Jahr neu aufgelegt werden, also ein neues Design haben. Aber trotzdem relativ nah am Sport zu bekommen sind im Vergleich zu anderen Münzen. Und deswegen aber halt trotzdem auch noch im Sammlerwert steigen, weil es das Design halt dann nur ein Jahr lang gibt. Das ist eine coole Geschichte. Und deswegen habe ich mich auch damals für die Kangaroos entschieden. Aber ja, als Letztes habe ich auch noch mitgebracht einen 250 Gramm Silber Fitchi. Münzbaren, guter Anlagebarren. Ist ja zumindest früher mal gewesen. Heute, wie gesagt, wegen den Aufschlägen sind gerade die 250 Gramm Barren nicht mehr super toll. Aber zumindest in Ordnung, würde ich jetzt mal sagen. Muss man halt einfach gucken, dass man ein gutes Angebot findet, was heutzutage nicht super einfach ist. Aber kann man auch hinkriegen. Dann machen wir auch gleich weiter mit den Neuerscheinungen. Blende euch jetzt hier mal die Münze ein, die ich euch schon mal irgendwann vorgestellt habe, aber zu dessen Neuerung gibt. Und zwar ist das die 1 Unzen, äh, nicht die 1 Unzen, also die Gold American Eagle Münze. Ja, nicht in irgendeiner bestimmten Stückelung, aber eben doch. Denn es gibt die jetzt nicht mehr nur noch in einer Unze, sondern es ist jetzt auch die halbe, viertel und zehntel Unze rausgekommen. Also wer das neue Design vom American Eagle noch nicht hat, der kann sich das jetzt auf jeden Fall auch in kleineren Stückelungen holen. Äh, falls das irgendjemand vorgehabt hat und aber keine 1600 Euro dafür hinlegen wollte, dann kann er das jetzt auf jeden Fall auch für weniger Geld tun. Finde ich eine coole Geschichte. Freue mich sehr, äh, dass die Münze jetzt auch in kleineren Stückelungen rausgekommen ist. Auch die Silbervariante ist jetzt um einiges günstiger geworden. Ich weiß nicht, ob das andere vielleicht irgendwie First Strike oder sowas war, äh, aber die hat, ist auf einmal bei den meisten Händlern jetzt irgendwie 5 Euro günstiger zu bekommen, als es vorher war. Vermutlich würde ich mal sagen, ist es so, dass es nicht mehr die erste, äh, Prägung ist. Aber gut, ich meine, letztendlich ist ja auch letztendlich egal. Ja, ich meine, es geht ja, also mir persönlich geht es zumindest nur um das Design. Mir ist es ziemlich egal, äh, was für eine Prägung das jetzt war. Aber gut, wer das, wen das interessiert, der kann das ja auf jeden Fall dann auch so, äh, verfolgen. Aber gut, ich würde sagen, wir schauen auch gleich nochmal rüber auf die Preise. Blende euch jetzt hier gerade an der Stelle mal Silber ein. War heute erst gut gestiegen, so 1,1, 1,2 Prozent. Aber wie immer hat dann irgendjemand gesagt, ne, das können wir so nicht machen. Und hat das dann wieder, äh, so ein bisschen mehr nach unten gedrückt, ne. Aber letztendlich, ja, was soll man machen? Ist heute immer noch ein bisschen gestiegen, zumindest 22,10 Euro, 22,20 Euro, irgendwie sowas. Um den Dreh liegen wir jetzt gerade. Und, äh, ja, ist ja auch okay, ne. Ich meine, wir kennen es ja mittlerweile, dass die, diese Geschichte mit dem Silber, und da müssen wir uns halt mit abfinden. Beim Gold blende ich euch hier an der Stelle ein. Sie sah ähnlich aus, ja. Auch erst ziemlich gut gestiegen und dann eben auch wieder ungestiegen gemacht, sozusagen. Aber letztendlich ist es auch in Ordnung. Ja, ist auch jetzt wieder gut gestiegen. Wir sind ja jetzt auch wieder, wir sind ja jetzt auch wieder über 1.530 Euro. Also kann man sich eigentlich nicht großartig beschweren. Kommen wir also zum Kernthema. Wie sieht es aktuell aus mit der Inflation? Also, in Amerika haben wir jetzt das Ding, dass aktuell so ungefähr 4,5, äh, 4,5, ja. 5,4 Prozent Inflation sind. Ich sage jetzt einfach mal 5,5 Prozent. Das ist ziemlich viel, wenn man das so mit früheren Jahren vergleicht. Aber ist jetzt nicht extrem viel mehr im Vergleich zum Vormonat, da waren es 5. Gut, ich meine, die meisten Leute haben vermutet, dass es runterging. Ich habe ehrlich gesagt vermutet, dass es eher noch ein Stückchen hoch geht. Aber ist jetzt auch ein Stückchen hochgegangen letztendlich. War jetzt auch wahrscheinlich, also meiner Ansicht nach, nicht wirklich überraschend. Weil man muss sich halt einfach mal vor Augen halten, auf wie viel Geld tatsächlich in diese Wirtschaft gepumpt wurde. Und bis sich das irgendwann wieder ausgleicht, wenn es das überhaupt tut, das wissen wir natürlich auch noch nicht, ist ja alles Zukunft, dann haben wir da auf jeden Fall erstmal Inflation. Ja, ist ja klar, das muss ja irgendwie, muss ja wettgemacht dafür, muss ja dafür wettgemacht werden, dass man so viele Milliarden, ja Milliarden auch, aber vor allen Dingen Billionen Dollar in die Wirtschaft dort gepumpt hat. Das kann man ja nicht einfach, dadurch kann ja nicht einfach das Geld gleich viel wert bleiben. Das funktioniert ja so nicht. Es hat ja in der Zeit kein wirtschaftliches Wachstum gegeben in dem Land. Ich meine, was will man da erwarten? Ja, irgendwas an Inflation muss es schon geben. Ich meine, die kann sich ja nicht einfach in Luft auflösen. Dementsprechend, ja, war irgendwo klar. Was ich halt immer so ein bisschen lustig finde, ist, dass dann wirklich erst, wenn wirklich diese Zahlen rauskommen, dass dann erst der Aktienmarkt darauf reagiert. Und dann irgendwie, was weiß ich, was da passiert, auch wenn der Aktienmarkt davon effektiv eins zu eins eigentlich gar nicht großartig beeinflusst wird. Denn wer davon beeinflusst wird, sind ja effektiv einfach die Menschen in dem Land, ja. Dadurch werden Dinge eben teurer. Das heißt, die Leute, die tagtäglich irgendetwas kaufen, das wird teurer. Aber letztendlich hat das nicht wirklich einen Einfluss auf die Kurse von irgendwelchen Aktien. Also natürlich schon in dem Sinne, dass es die mit der Inflation natürlich dann auch steigen. Aber, ne, ich meine, letztendlich total wurscht. Aber gut, ist wohl so. Streut halt natürlich generell Angst irgendwo in die Wirtschaft mit rein, wenn man Inflation hat. Weil Inflation jetzt nicht unbedingt ein Zeichen für wirtschaftliche Stabilität ist. Wenn man sich mal so guckt, wenn man sich mal so anguckt, was so die inflationsreichsten Länder aktuell sind, würde ich jetzt nicht unbedingt als die wirtschaftsstärksten bezeichnen. Aber gut, ne, letztendlich muss man dann auch gucken, wie man damit klarkommt. Hier bei uns ist es so, dass wir jetzt so ungefähr bei 2,5% Inflation sind. Stand Juni 2020, äh, 20, sag ich schon, 21. Und, ähm, warum ist das jetzt niedriger als in den USA? Ah, naja, das liegt einfach effektiv daran, dass wir natürlich viel weniger Geld pro Kopf in die Wirtschaft gepumpt haben als drüben. Ja, wir hatten ja jetzt hier nur diese Unterstützungshilfen für, äh, für kleine Betriebe und solche Geschichten. Und, ähm, die in Amerika hatten ja für jede Person mehrfach irgendwie, ich glaube insgesamt über 2.000 Dollar, ähm, wurden da pro Person oder fast 3.000 pro Person auf jeden Fall ausgezahlt. pro Person, an jede Person, egal was für eine Person du jetzt bist, ob du jetzt ein Jahr oder 99 Jahre alt bist, ähm, hat, hat jeder, wie gesagt, diesen Betrag bekommen. Und das ist natürlich viel Geld, ja, muss man ganz klar dazu sagen. Es ist kein Vergleich zu dem, was wir hier reingesteckt haben, auch wenn wir hier schon lächerliche Mengen reingesteckt haben. Aber gut, letztendlich, ähm, auch damit, äh, muss man irgendwie jetzt klarkommen und ich würde jetzt auch mal nicht tippen, dass es das jetzt schon gewesen war von der Inflation her. Aber hey, das kann ich nicht wissen und deswegen würde ich einfach mal so sagen, wir sehen, was da noch so kommen könnte. Generell muss man allerdings natürlich ganz klar sagen, wer sowieso sein Geld in Vermögenswerten geparkt hat und nicht viel, äh, Bargeld oder sonstigen Stuff hat. Sogar Schulden wären eigentlich relativ praktisch in der inflationären Zeit. Aber, ähm, wer jetzt sein Geld nicht in Bargeld hat oder gar kein Vermögen hat, äh, den tangiert es nicht großartig. Ja, muss man, muss man letztendlich so sagen. Weil Vermögenswerte steigen mit der Inflation mit, zumindest ein Stück weit. Nicht alle, nicht immer gleich, aber generell betrachtet kann man das schon so ausdrücken. Äh, zumindest war es früher immer so. Ja, muss man dann eben so sehen, wie es in Zukunft wird. Allerdings gibt es dann natürlich auch diesen Faktor, dass zu hohe Inflation einen Markt wieder instabil macht und dadurch dann auch sekundär sozusagen beeinflusst, dann auch die Kurse von verschiedenen Vermögenswerten runtergehen können. Aber das ist keine primäre Beeinflussung von Inflation, ja. Das ist einfach nur so, äh, Inflation, zu viel Inflation macht Unsicherheit und Unsicherheit macht dann im Rückschluss das. Aber generell hat das, generell habe ich es jetzt nicht, dass wenn ich eine Unzer Silber habe, dass ich dann 5% Inflation habe, dass ich dann 5% im Jahr im Wert fällt. Passiert nicht, normalerweise. Ähm, und dementsprechend, ja, ne, ich denke, ihr wisst ungefähr, was ich damit ausdrücken möchte. Die meisten Leute von euch, die wahrscheinlich diesen Kanal sehen, haben ja Vermögenswerte in irgendeiner Form und lassen nicht ihr ganzes Geld mit Bargeld rumliegen oder haben praktisch ein Nullvermögen. Denn natürlich haben Leute mit einem Nullvermögen auch ein Problem, weil die im Prinzip nur Dinge des täglichen Gebrauchs besitzen und diese Dinge werden immer teurer in der Inflation. Ist ja klar, ja. Ähm, also ich meine, schon generell in den letzten Monaten hatten wir ja noch relativ geringe Inflationen bis hin sogar zu Minusinflationen Ende des Jahres. Und, ähm, selbst da sind ja solche Sachen wie Lebensmittel schon extrem im Wert gestiegen, also im Preis gestiegen. Manche so 30, 40% und das ist schon einiges, ja. Ja, und, ähm, wer dann tatsächlich kein nennenswertes Vermögen in irgendeiner Form hat oder eben nur Bargeldvermögen aus irgendeinem Grund, warum auch immer man das haben sollte, für den ist das natürlich problematisch, ja. Und, ähm, deswegen würde ich mich vielleicht mal Gedanken darüber machen, wenn ihr eine solche Person seid, dass ihr das vielleicht dann doch irgendwo in Sicherheit bringt, seien es jetzt Aktien oder, äh, wie gesagt, Rohstoff oder eben Gold und Silber, also Edelmetalle, was auch immer, ja, irgendwas. Ihr könnt auch von mir aus, gut, das sollte man jetzt vielleicht nicht sagen, theoretisch könnte man wahrscheinlich sogar Schulden machen. Weil, ähm, Schulden profitieren von Inflation, nun mal faktisch gesehen auch. Und, ähm, gut ist es natürlich trotzdem die Schulden zu haben, ja, ganz, gar keine Frage. Aber in einer hochinflationären Phase ist es vielleicht sogar besser, als Bargeld zu haben. Muss man dann abwarten. Ja, das kann man jetzt so, äh, über den Kamm geschert nicht beantworten. Das müsste man dann in jeder speziellen Situation machen. Es gab allerdings in der Geschichte schon Situationen, in denen das tatsächlich der Fall war. Aber, ne, das muss auch nicht so bleiben. Tendenziell muss man sagen, Inflation ist immer echt mies. Das heißt, wir sollten einfach alle hoffen, dass es wieder runtergeht damit, ja, weil Inflation ist einfach doof. Das, das braucht wirklich niemand. Schon gar keine Hyperinflation. Das ist das Nervigste, was man sich vorstellen kann, ähm, im Bereich des Geldes sozusagen. Weil das, das, das bringt einfach nichts mehr. Du hast dein Geld, ja, schön, das ist dann direkt nichts mehr wert. Super. Toll. Das heißt, du hast im Prinzip effektiv kein Tauschmittel. Du musst dann andere Sachen eben wieder als Tauschmittel benutzen. Ist blöd. Das möchte niemand. Also, das könnte man natürlich so machen. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich viel dagegen. Aber, ähm, es, äh, könnte ein bisschen unpraktisch werden. Gerade in so einer Zeit, wo halt vieles digital abläuft. Da kann man nicht einfach irgendwelche Sachen tauschen. Funktioniert halt nicht. Und, ähm, ja, deswegen, äh, äh, wollen wir nicht. Hoffen wir mal, dass es schnell wieder vorbeigeht. Ähm, ich weiß, viele Leute freuen sich dann, dass sie recht gehabt haben, dass sie meinten, dass Inflation kommen wird. Das ist auch klasse. Ja, super, recht gehabt. Äh, habe ich auch. Aber, trotzdem, wir sollten alle hoffen, dass es so schnell wie möglich wieder vorbeigeht. Weil Inflation braucht wirklich kein Mensch. Zumindest keine hohe. Auch niedrige eigentlich. Ich wüsste nicht, wozu. Außer, dass es halt irgendwo wirtschaftliches Wachstum ankurbelt. Ja, klar, das ist natürlich wichtig. Gar keine Frage. Aber ansonsten, ja, eher nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen mal ein Fazit unter das Ganze. Es ist ein bisschen problematisch, dass die Inflation jetzt steigt. Gerade für Leute, die viel Bargeld haben und wenig tatsächliches Vermögen in Vermögenswerten. Und eben auch für Leute, die überhaupt kein nennenswertes Vermögen in irgendeiner Form haben. Also, wenn ihr zu diesen zwei Gruppen gehört, sucht euch Vermögen beziehungsweise Vermögenswerte. Ganz wichtig, in welcher Form ihr das auch immer jetzt tut. Und, ähm, ansonsten würde ich sagen, wir warten einfach mal ab. Weil das ist eigentlich das Einzige, was wir tun können. Was anderes bleibt uns nicht wirklich übrig. Aber ich denke mal, selbst wenn es jetzt dazu kommt, dass wir wirklich sehr starke Inflation in den nächsten Jahren sehen, wird es vermutlich meiner Ansicht nach nicht unbedingt so schlimm werden, wie in diesen hyperinflationären Phasen, die wir in der Geschichte schon mal hatten. Denn es ist natürlich so, dass man heutzutage, wenn man ein bisschen Grips hat, was ich jetzt von unserer Politik natürlich nicht erwarte, aber sollte man tatsächlich irgendwas an Grips aufbringen können, dann könnte man auch die Möglichkeit erkennen, dass man eine Währung frühzeitig austauschen kann gegen eine Währung dann mit Mehrwert. Das geht, ja, man kann das machen. Das hat man auch damals hinbekommen beim Tausch von D-Mark auf Euro. Da gab es keine inflationäre Phase großartig. Das war einfach nur ein Tausch. Aber so ein Tausch wäre auch nicht super schwer, wenn man den durchzieht, während eine Währung eben ihren Wert verliert, um eben das zu verhindern. Ja, das ist möglich. Ich weiß nicht, ob das jetzt, kann man machen. Ja, weiß ich nicht unbedingt, ob das so gewollt ist, aber das ist definitiv möglich und könnte man machen. Aber letztendlich, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gerne eure Meinung zur Inflation und so weiter in die Kommentare schreiben. Gerne auch irgendwelche Fragen und solche Sachen. Auch super gerne beantworte ich, wie immer. Sehr, sehr gerne. Natürlich auch super gerne das Video bewerten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und natürlich würde ich mich auch sehr darüber freuen, falls ihr den Kanal abonnieren könntet, wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.